So, Vincent Kalmers Weltcup-Debüt, erste Partie in seinem Match gegen den sehr, sehr starken, jungen Belgier Daniel Dada. Kalmer mit dem weißen Stein greift zu Sprener F3 und nach Baunach D5. Greift er nicht zu, was ich die Vincent Kalmereröffnung nenne, Baunach E3 und dann nach Sprener F6, Baunach C4, gefolgt von Baunach B3, wo er sehr, sehr viel Erfahrung hat, sondern zu dem etwas Mainstream-Irieren Ritie-System, Baunach G3. Der Läufer soll 4-inketiert werden und weiß möchte sich noch nicht festlegen. Was er mit den Zentrumsbaun hier macht, behält sich. Viele Optionen offen, Baunach G6 auf Top-Niveau. Die populärste Entgegnung, der Punkt ist, dass Schwarz jetzt droht das Zentrum zu besetzen mit Baunach E5. Und weiß damit zwingt Baunach D4 zu spielen, aber dann haben wir eine symmetrische Stellung, die als sehr solide für Schwarz gilt. Mal schauen, was passiert. Kurzhochade, Dada spielt Baunach C6. Der Hauptzug hier ist ebenfalls kurzhochade. Da weiß die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob Winzer das vorhatte, Baunach C4 zu spielen. Und Schwarz kann entweder schlagen oder sein Zentrum steigt mit C6. Hier gibt es viel Theorie. Und Dada ist zu Baunach C6, hat die Idee, dass wenn Weiß jetzt C4 spielt, Schwarz sich dann hier bedienen könnte. Ist auch nicht klar, ob das gut ist, aber das ist einer der Punkte von frühem C6. Keimer reagiert da drauf mit Baunach A4. Möchte hier Raum gewinnen. Mit dem von Baunach A5. Ich hätte gefühlt das nicht zugelassen. Gerade heutzutage, Engines schreien in jeder Stellung. Baunach A4, A5 und das Schwarz verändern sollte. Hätte ich wahrscheinlich auch A5 gemacht. Aber ich vermute, dass jetzt die Weiße Idee ist, jetzt C4 zu spielen. Und dann auf D schlägt C4, könnte Sprenger A3 folgen. Und der Bauer würde das Feld B5 kontrollieren, sodass Weiß hier, sagen wir, uns zurückkriegt, vielleicht mit ein bisschen angenehmerer Stellung. Also ich vermute, das ist die Idee von A4. Schwarz rochiert, jetzt Spielweiß A5. Sieht nicht nach viel aus, aber gewinnt ein bisschen Raum. Immer nützlich im Schach. Baunach C5, sehr direkter Konter. Sorry. Im Zentrum. Aber der C-Bauer zum zweiten Mal. Sieht riskant aus. Ich weiß nicht, ob das noch Theorie ist, ob Dallas hier ein Studierer hatte. Riskanter Zug, aber durchaus auch logisch. Nachdem Weiß wird Zeitverschwendung mit A4, A5. Sorry. Ich kränke noch ein bisschen. Viel Klimaanlagen hier unterwegs. D schlägt C, Sprenger C6. Greift den Bauern an, aber liebt der Computer nicht. Computer-Satz-Sprenger A6. Ein Baunach C4. Sorgt für Spannung im Zentrum. Jetzt, wo der Kollege angegriffen ist, Schwarz hier schlagen würde, dann käme C schlägt D5. Und Schwarz könnte nicht zurückschlagen, weil... Na, E4 ist noch stärker. Ich wollte sagen, einfach Turm schlägt A5. Material gewinnt, Dame schlägt A5, Dame schlägt D5. Aber meine Engine seit E4 ist sogar noch besser. Wenn der Sprenger wegzieht, dann erobern weiß den Sprenger. Also, D schlägt C4. Sprenger C3. Jetzt funktioniert Sprenger A5 wieder nicht, weil die Damen getauscht werden würden. Und Keimer scheint damit die Initiative zu behalten. Sehr kompliziert für mich jedenfalls. C4, D schlägt C, Sprenger C3. Aber es scheint als stünder Schwarz hier unter Druck. Und der A-Bor, der jetzt hier am Leben bleibt, spielt aber auf jeden Fall eine Rolle, denn es droht wahrscheinlich Bauner A6, um hier die lange Diagonale freizulegen und darum zu stressen. Da spielt Schwarz, Bauner A6. Das verliert natürlich wieder Zeit. Dame nach A4. Überdeckt den Kollegen. Behält den im Blick. Bereitet Turm D1 vor. Und jetzt sieht man schon, dass weiß Druck macht. Also, schön gespielt die Phase. Sprenger D5. Kommt wie seit Läufer nach E6. War besser, um den Bauern zu überdecken. Aber auch der Hände weiß ein bisschen Druck. Turm D1. Dame irgendwo hin. Läufer F4. Die weißen Figuren sind aktiver. Also, Eröffnungsphase. Gut gelaufen. Stark gespielt von Keimer. Und Sprenger D5 zieht den Springer zum zweiten Mal. Verliert ein bisschen Zeit. Turm nach D1. Muss man hier wieder Taktik berechnen. Was passiert jetzt? Läufer schlägt C3. B schlägt C. Und Sprenger C3 geht nicht wegen Turm D8. Schlägt, schlägt, schlägt und schlägt. Und weiß eine Figur mehr. Deshalb schlägt der Springer direkt hier. Und ich vermute, weiß schlägt den Bauern zurück. Hat jetzt zwar keine schöne Bauernstruktur, aber Initiative und der Bau auf C4 könnte ein Kind des Todes sein. Die Dame hat auch kein tolles Feld, wenn sie hier hingehen würde. Dame C7 Läufer F4 zwingt Schwarz E5 zu spielen, seinen eigenen Läufer zu blocken. Jetzt geht der Läufer weg. Die Stange sieht sehr unangenehm aus für Schwarzturm. D6 droht. Sprenger D2. Der Bau auf C4 hängt. Also Dame C7 kein guter Zug. Doch A-Läufer D7 spielt man natürlich auch nicht besonders gerne. Steht den Läufer in die Fesselung. Und der Bauer hängt. Dame schlägt C4. Also Keimer. Macht aber eiskalt die besten Züge. Dame nach C8 entfesselt sich. Sprenger D4. Auch wieder sehr logisch. Turm nach D8. Weiß muss noch ein bisschen Druck machen. Wenn Schwarz sich konsolidieren würde, trotz des Minusbauerns hier, dann ist die weiße Struktur kaputt genug, dass Schwarz noch Spiel haben könnte. Aber dank dieses mächtigen Läufers kann Weiß gleich einfach die Figuren entwickeln jetzt und dann den B7-Bauern avisieren. Scheint hier schon deutlich einen Vorteil zu haben. Spiel auf einer E3. Dame nach C7. Die Dame versucht rauszukommen. Turm Db1. Er macht aber immer den besten Zug. Das hilft natürlich im Schach. Verstehen wir das? Wenn jetzt Sprenger schlägt A5 käme, dann Dame nach B4. Greift den Sprenger an. Der müsste zurück. Und jetzt Dame schlägt B7. Und Weiß gewinnt. Oder Weiß steht auch nicht besser. Jetzt wäre der C-Bauer frei. Der A-Bauer noch geschwächt. Also ja. Stark gespielt. Turm nach C8. Turm nach B6. Sprenger schlägt A5. Versucht sich hier mit taktischen Tricks rauszureden. Turm schlägt A5. Dame schlägt B6. Aber das wird er antizipiert haben. Spielt Dame nach A2 zurück. Muss man das berechnen, ne? Ich glaube nicht, dass er Sprenger A5 übersehen hat. Und ich frage mich, was jetzt auf Sprenger C6 passiert. In der Partie kam Sprenger C4. Das war tricky, aber jetzt Turm B7 steht was besser. Was passiert nach Sprenger C6? Na jetzt. Einfall in Anführungszeichen den B-Bauer weiter angreifen. Turm A B1, Turm B8. Und Dame B3. Und der B-Bauer ist nicht zu erhalten. Na krass. Beziehungsweise nur unter positionellen Zugeständnissen. Schwarz könnte ihn so behalten. Aber jetzt werden die weißen Bauern repariert. Und weiß wird deutlich besser stehen. Hier brauchen wir nach D5. Also scheint alles im Griff gehabt zu haben. Mr. Kaimer und Dada. Versucht sich herauszureden mit Sprenger C4. Atomstieg B7. Den nimmt man natürlich gerne. Da muss ich schlicht C5. Muss ich jetzt hier dem Läufer gegenüberstellen. Und es wird taktisch. Aber die Taktik scheint für weiß zu funktionieren. Sprenger E6. Der Springerabzug. Ähnlich wie in der Partie. Fußli gegen Papaplatte. Hier sehr schön. Weil der Springer auch die Dame angreift. Deshalb Sprenger E3 nicht geht. Wegen Sprenger C5. Gleichzeitig ist der Turm auf D8 attackiert. Also es geht schon nix mehr. Schwarz muss Material opfern. Die Dame irgendwo hingehen würde. Könnte sich weiß einfach hier durchfressen. Und fertig. Deshalb opfert Dada die Dame. Kriegt aber nur zwei Figuren. Zwar eine sehr ästhetische Stellung dafür. Aber zwei Figuren sind nicht genug. Wir erinnern uns Dame. 9 bis 10 Eiskugeln. Zwei Figuren. Nur so 6 bis 7. Turmstieg E7. Läufer schlicht C3. Turm F1. Läufer G7 zurück. Und er kann einfach hier schlagen und auf A6 schlagen. Ja, das sieht nach der praktischen Lösung aus. Wer den Hauptfeind hier los. Okay, sogar Läufer H3 noch stärker greift den Braun an. Und vereinfacht in ein gewonnenes Endspiel. Sehr pragmatisch. Vielleicht nicht die ersten Computerzüge. Aber wenn man das Gefühl hat. Und ich habe stark das Gefühl. dass sowas hier für Weiß gewonnen ist. Dann warum nicht die Schrank vereinfachen. Und sich das Leben ein bisschen leichter machen. Das sollte keine Festdruck sein hier. Ich weiß nicht. Wenn man hier weiter analysiert. Entschwarz abweitet. Wie Weiß gewinnt. Aber ich habe stark den Eindruck, dass Weiß irgendwie gewinnen sollte. Kompi zeigt noch nicht so viel an. Deshalb gucke ich hier noch ein bisschen. Aber ja. Früher oder später sollte dieses Konstrukt hier irgendwie zusammenbrechen. Oh ja. Jetzt steigt auch die Kompi-Einschätzung. Es muss gewonnen sein für Weiß. Also alles richtig gemacht. Dada spielt H5. Keimer kommt mit dem E-Bauern an. H5 scheint das schwarze Leben noch schwerer gemacht zu haben. Vielleicht ist den Bauern schlecht. Aber hier geht er lieber für. Stoffi. Danke für die Sub-Geschenke. Und Keimer scheint es ja einfach berechnet zu haben. Gibt den H-Bauern. Macht den Weg frei für den E-Bauern. Und Dada gibt sich geschlagen. Er hat nur Turm H1 probieren können, um hier in Schach zu geben. Aber das hätte Vincent gesehen. Und der Bauer ist nicht zu halten. Er hat den Turm gekostet. Deshalb gibt sich schwarz geschlagen. Sehr, sehr souveräner. Sehr starker Sieg von Vincent Keimer. Keimer in seiner ersten World Cup Partie. Gegen einen starken Gegner. Also keine tolle Paarung. Einen, ich glaube, 17- oder 18-Jährigen 2-6er zu kriegen. In der ersten Runde. Aber Keimer setzt sich souverän durch. Braucht damit in seiner zweiten Partie. Es sind immer zwei Partienmatches beim World Cup. Einen Unentschieden, um weiterzukommen. Kann man nicht meckern. Hut ab.